Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Vorher auf, das Spiel beginnt. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Schön, dass direkt die Feuerwehr im Hintergrund ist. Wir befinden uns wieder einmal auf der Karte Bad Hügelsdorf 2020. Das Payway Add-on, die Linie 316, müssen wir bewältigen. Und an dieser Folge ist der Elite-Fahrer schuld. Ihr seht dieses tolle Gefährt, den Setra 319 UL, S319 UL, um genauer zu sein. Ich fahre die Automatik-Variante, denn der Elite-Fahrer hat da mal was geäußert. Oh, den muss man ja auf der Karte mal fahren. Jetzt fahren wir den. Ich habe mir mal das Repaint aus der Ortsgemeinde Oberbuchholz geschnappt. Das DB Repaint. Und ja, wir fahren diese Kiste auf der 360 vom Alten Schloss nach Bad Hügelsdorf zum Hauptbahnhof. Das wird sehr interessant. Bin ich mir sicher. Bin ich mir ganz sicher. So, kommen wir mal rein. Oh Gott. Oh Gott. Abfahrt war 13.30 Uhr. Genau. Dann machen wir mal die Pause rein. und gehen auf 13.25 Uhr. Reichen. Das wird so gemein. Mit dem Schiff hier. So, Fahrplan. Weg. Licht im Innenraum ist an. Oh mein Gott. Oh oh. Knallt der uns rein? Ja, klar. Sicher knallt der uns rein. Was für eine Frage. Ja, lieber Elitefahrer, vielen Dank für diesen Wunsch. Das wird was. Das wird was. Das wird eine richtig lustige Frage. Guten Tag. Hallo. 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 Ja, bitteschön. Nichts zu danken. Alles gut. Ja, das wird richtig, richtig spaßig. Eieieiei. So. 13.27 Uhr. Ich weiß nicht, warum ich den Ticketdrucker nicht ankrieg. Der On-Knopf funktioniert nicht. Ach ja, das funktioniert. Wow. Egal. Macht ja nix. Tickets verkaufe ich ja eh anderwaltig. Weil On und Off geht nicht irgendwie. Ich stehe mir noch zwei Minütchen vor. Jetzt wird's spannend. Waldweg. 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 Ich hab mit so einer Kiste hier. Haha. Das, das wird was. Ach ja. So. Eine Woche Dienst noch und dann Urlaub. Und dann wird's richtig interessant. Wir werden am Discord arbeiten. Da werden wir einiges verändern. Wir werden alles umkrempeln, der liebe Gerd und ich. Am 1. August. Das heißt, wenn ihr am 1. August auf den Discord joint, wundert euch nicht. Ja. Da wird gearbeitet fleißig. Auch wird's im Urlaub noch ein paar Streams geben. Unter anderem auch auf Twitch. Ich will Darksiders 2 fertigstellen. Ähm. Den Stream haben wir. Beziehungsweise das Spiel haben wir auf YouTube begonnen. Und im, äh. Wir werden es aber auf Twitch zu Ende bringen. So. Die Polizei lässt mich hier raus. Das ist sehr nett. Dankeschön. Und, äh. Ja. Nur Videomaterial etc. Wird's natürlich im Urlaub auch geben. Fünf Wochen Urlaub. Das wird spannend. Bleib zu Hause. Ich fahr nicht weg. Naja. Ja. Auch, äh. Es gibt übrigens Neuigkeiten bezüglich, ähm. Halikon. Ja. Ähm. Im, im letzten Video zu Bad Hügelstorf hatte ich mich ja, ähm. Darüber beklagt, dass Halikon meine Mails nicht beantwortet. Halikon hat in den Kommentaren entsprechend darauf reagiert. Hat das Ganze geprüft und Uuh! Und hat festgestellt, dass es da wohl ein Problem mit der Weiterleitung der, ähm, E-Mail-Adresse gegeben hat. Auf, ähm, die mal, auf der meine Mails eingegangen sind. Das Problem ist behoben. Das finde ich schön. Und, äh, Halikon hat auch mitgeteilt, sie sind nicht nachtragend. Das passt alles. Und Bemusterungen und sowas. Also, ja, von daher kann man sagen, äh, Thema erledigt. Finde ich ganz nett. Bin ich gespannt, was da noch so kommt. Heißt, im Endeffekt, ich werde jetzt auch wieder zukünftig bei Halikon Produktbemusterungen dann anfragen. Weil jetzt funktioniert das ja mit den Mails. Oh. Am Wachland. Ja. Manuelle Haltestellen, Weiterschaltung. Oh Gott. Die Sicht ist so gewöhnungsbedürftig. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, komm rein. Komm. Hallo. Hi. Flop weg, Fahrer. Ah, mein Gott. Elite-Fahrer. Ja, ihr habt ja fleißig kommentiert. Ähm, im Discord ist Bad Hügelstorf 2020 auch wieder Thema, weil ja so viele ähm, Simple Streets Splines verwendet worden sind, die dann einfach umtexturiert worden sind. Ich kann dazu tatsächlich gar nicht sagen, weil ich, äh, nie irgendwie auf dem Schirm hab, was ist jetzt selbst erstellt, was ist Simple Streets und was ist Modern Streets und was ist was. Ähm, ja. Hm. Deswegen aus der Diskussion bin ich tatsächlich raus. da hatte ich jetzt Bedenken. Hab ich jetzt weitergeschaltet? Kleingarten-Siedlung. Scheiße. Altes Schlopp. Am Bachlauf. Fernung. Ja, ich hatte weitergeschaltet. Aber passt schon. Stell mal die Route einfach nochmal ein und dann läuft das. So. Hallo. 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 Kleingarten-Siedlung. Oh wei. Ja, klar. Er fährt ja echt wie ne gesenkte Sau. In diesem Mann ist hektisch. Fahr und bleibe lösen. Der konnte ja nicht warten. So, Kleingarten-Siedlung mit Wendepunkt. Könnt ihr mit dem Endschatz-Roller fahren? Äh. Äh. Ah, hier hält 316 altes Schloss. Okay. Ja, hier ist überall Parkaboot. Sehr sinnvoll. Alter, Falter. Hallo. Hi. Wenn ich heute noch Zeitung Lust habe, dann nehme ich heute auch noch Düsseldorf auf. Die 733 Mercedes-Benz-Straße, Mercedes-Benz-Straße, Staufenplatz, oder Staufenplatz- Mercedes-Benz-Straße. Mal gucken. Ich bin etwas verwundert. Ich komme mit dem S319 verdächt, verhältnismäßig gut, klar. Das, äh, wundert mich etwas. Mal gucken, wie lange es anhält. Oh je, ja, hier, Rundkurs, ey. Oh, da kommt der Zoll. Ja, heul doch. Ah, halt doch die Klappe. Wärst du meine Ehefrau, dann wärst du bei der frechen Schnauze spätestens morgen die Ehe los. Oh. Das ist der Kollege. Sehr gut. Jetzt geht's bergab. Ist übrigens der, äh, S319 OL ZF-Icomat. Meine Güte, ich bin echt Güte. Können Sie mal anständig fahren? Boah, jetzt war ich gerade total irritiert, dass die Karte hier endet auf einmal. Was heißt denn hier, können Sie mal anständig fahren? Halt die Klappe. Blöde Kuh, ey. Finsterberg. Finsterberg, ja, dann. Können wir uns schön reinrollen. Äh, das ist aber nicht Finsterberg. Plan halt, genau. Ah, das kennen wir noch aus der Freeware-Karte. Hier, drehen wir doch jetzt die Runde. Na, genau. Hier, sag ich, und, Wop. Hallo. Schönen guten Tag. Das ist auch eine normale Fahrkarte. Gut, schön. Oder fahren wir jetzt. Bis Gott. Können Sie mir bitte eine Fahrkarte aufwendigen, womit ich den ganzen Tag fahren kann? Haben wir geradeaus. Kann man hier nicht genau erkennen, ne? Kirsche Grundschule Marktplatz. Ah, ne, guck an. Wir fahren links. Also das heißt so, zack, zack, und dann, ah, ja, ja, hier, da sieht man es auch. Okay, ja, aber es hätte jetzt auch durchaus so sein können. Naja, macht ja nichts. Lahn-Halt. Schlossstraße. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 314 in Richtung Großweil über Waldkloster. Was ist denn das für eine Fresse? Aber die Haltestelle steht gar nicht auf dem Fahrplan, ne? Planhals, Schlossstraße. Ach doch, ich war hier falsch mit Kirsche Grundschule. Das ist ja Malk. Hier, Kirsche, Schlossstraße, auf der Hoffnung. Ich hab nicht richtig hingeguckt. Passiert mir ja öfter. Ey, ich komm hier mit dem Ding echt verdammt gut um die Ecken. Wer hätte das gedacht? Ha! Das ist ja Wahnsinn. Und an die Sicht hab ich mich langsam auch gewöhnt. Hallo. Mein Schein. Mein Schein. Gasthaus Traube. Ah. Lange keinen Haltewunsch gehabt. Hallo. Bitteschön. Kann ich den Klappsitz da eigentlich klappen? Ja, kann ich. Steigen dann trotzdem Leute ein? Werden wir rausfinden. Ah, hier diese Steigung. Die finde ich irgendwie surreal. Dacht man das, wenn etwas, wenn man etwas nicht real findet? Zureal? Ich werde jetzt auch sagen können, die finde ich nicht real, aber ich wollte mal wieder einen Fachbegriff bringen. Ah. Ah. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Halt die Klappe. Letzter Dreck. Du bist der letzte Dreck, Alter. Als Fahrgast, Junge. Dein Verhalten ist der letzte Dreck als Fahrgast. Schäme dich. Kann nur los. Oh, ja. Komm schon, ey. Die Haltestelle. Ne, tut mir leid. Also, die hätte man weglassen können, weil oder anders bauen. Das, das ist so, das ist totaler Quatsch. Hier stellt sich niemand hin zum Ein- und Aussteigen. Hier auf der Seite ist es ja noch okay, aber das hier, also da hätte ich dann vielleicht schon eher hier eine Haltebucht oder so hingemacht oder hier, aber das hier, das tut mir leid, das ist nix. Also, ne. So, Ormi, steigst du ein trotz Klappsitz? Schönen guten Tag, deinen Fahrschein bitte. Dankeschön, Joma. Klappsitz. Interessiert sie nicht wirklich? Wollt sie? Na, also, das war wirklich ne Haltestelle, die kann man sich schenken. Das, äh. Ach, ne. Das, das hat nichts mit, mit nem. Ja, okay, den hab ich jetzt mitgenommen, aber. Was für ne Rotze. Wie hat der sich denn jetzt da durchgemogelt? Der hat aber Schweigen gehabt. Der Grüne. Der hat aber richtig Schweigen gehabt. Jetzt mal ernsthaft. Und jetzt mal ernsthaft. Und jetzt mal ernsthaft. Alle raus Stimmt, bei dem geht das ja mit offener Tür fahren. Mark? Können Sie mal unständig fahren? Auf geht's nach Mark! Aber noch genug Platz, ne? Jetzt müssen wir mal rechts rein. Nach Mark. Ich muss den weiter ausholen, dann passt das schon. Genau, wir fahren jetzt links und dann oben Pudding. Hm. Mein Kaffee ist kalt. Grasenschäden. Genau, den Krempel hier kennt man auch noch aus der Freeware. Da bin ich ja so gerne falsch rum gefahren. Genau, bleib du mal schön stehen, damit ich hier lang kann. Alle Mann rein, alle Mann an Bord. Guten Morgen. Grüß Gott. Grüß Gott, wenn denn sie ist. Hi. Tag. Hallo. Hallo. Oh. Ich arbeite nur nachts und brauche daher ein Ticket. Das interessiert mich nicht. Du arbeitest nur nachts mit dem Gesicht? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Malck, Grundschule. Malck, Grundschule. Malck, Grundschule. Naja, wir haben Sonntag, da wird jetzt nicht so viel los sein. Uratok. Uratok. Hallo. 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 Hallöchen. Ich habe jetzt mir gesagt, man kann bei Ihnen ein Touristenticket kaufen. Dankeschön. Bitteschön. Malck, Marktplatz. Oh. Ja, mach auf, komm. Guten Tag. Servus. Servus. Hi. Ein Erwachsener, bitte. Vielen Dank. Stadtklinik. Oh. Boah. Aber das geht. Wann der Elite-Fahrer mich mal loben? Hier so kurventechnisch und so bin ich da echt... Mit der Kiste besser, als man es mir zutrauen würde. Aber wer weiß, was noch kommt. Egal. Ich finde, ich mache das mit den vielen Metern, die ich hier habe, sehr souverän. Oh oh. Oh ja, die wird gerade grün, das ist praktisch. Ja, ja, ja. Hallo. Oh, ist doch mal gleich schon da. Oh, man. Oh, man. Können wir schön rollen lassen. Dong. Klappt doch ganz gut, oder nicht? Da ist er wieder, Fick Thief. Oh, selbst das. Sehr souverän, Mario. Sehr souverän. Warum fährt der denn dann? Der Schiss, oder was? Mann, Mann, Mann. Hack, hier rein. Lange Straße, Malgerweg. Mal, mal ein bisschen gucken. Den haben wir ausgebremst. Hallo. Hallo. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Eine Karte kaufen? Ja, dann, wenn du gerne eine Karte kaufen würdest, dann würde ich dir auch gerne eine Karte verkaufen. Na, Entschuldigung. Ich glaube, da fehlt noch was. Danke. Ich liebe diese Ansage. In Richtung Bismarckplatz. Wem gehört diese Stimme. Wem gehört diese Stimme? Egal. Ein großes Lob an diese Stimme. Das klingt so verdammt authentisch. Das ist unfassbar. Unfassbar gut. Hier fliegt eine Fliegige. Moin. Moin. Königsring. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 307 in Richtung Bismarckplatz. Jetzt hau mal ab. Oh. Wiege Ding. Mein Gott. Das nervt dich. Ich weiß nicht. Der Sound mancher KI-Autos, der ist echt ein bisschen schwach. Besonders hier vom Käfer. Der muss kräftiger sein. Der muss altmodischer klingen, der Motor. Käfer hat noch einen richtig kräftigen Motor drin. Das ist ein bisschen lasch. Da kann man vielleicht noch mal gucken, ob man da einen besseren Sound findet. Der Motor ist wirklich so ein Käfermotor. Ein Käfer, den erkennt man mit geschlossenen Augen, wenn man ihn hört. Sehr gut. Der hat einen sehr authentischen Motorklang. Mit einem großen Wiedererkennungswert. Einzigartig möchte ich fast sagen. Also man kann sogar Käfer von Ente sehr gut unterscheiden, was den Motorsound angeht. Deswegen hier... Hier auf Bad Hübelsdorf ist der Käfermotor wirklich ein bisschen zu kurz gekommen. Oh, da ist rot. Das macht nix. Okay. Okay, okay, okay. z Hi. Hallo. Warte. Welche Fahrkarte können Sie mir denn im Fehlmännchen den ganzen Tag unterwegs finden? Fahrgaster, Busfahrer. Dankeschön. Große Deutschstraße. Da fährt die Feuerwehr! Den Leiterwagen finde ich toll. Aber das muss ich ja wirklich sagen, den Leiterwagen den mag ich. So mit dem Blaulicht und so, das hat echt was. Große Dollenstraße, ja, ja. Da legst die nieder. Nein! Ist der losgefahren, weil ich aufgeblendet habe? Oder kam der da einfach lang geschossen und ich habe nicht aufgepasst? Weil eigentlich hatte ich Vorfahrt. 201, 306, 8, 12, 16, 19, SB1, N1, N7, N14. Ja. 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 Ja, ja. Das mit dem MAN war grad echt eng, ne? Hat aber noch geklappt. Ja, Unwall. Grüß Gott. Hallo. Ja, wenn ich ihn sehe. Schweigroter Platz. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 306 in Richtung Wieseneck, Friedhof. Ah. Ja, dann. Ja, dann. Die zwei Autos haben dasselbe Motorgeräusch. Warum? Nee, aber wie beim Käfer, ne? Der Trabi zum Beispiel, der hat ja hier in Omsi auch einen sehr markanten Sound. Also den Trabi erkennt man ja. Man braucht ihn gar nicht sehen. Man braucht das Klackern nur hören und weiß, ach hier eiert gerade irgendwo ein Trabi rum. Ein Klabi. Und das würde ich mir halt echt für den Käfer auch wünschen. Besonders ist er vom Modell her, ist er ja echt ganz schön. Und ich glaube, es ist der erste Käfer in Omsi. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Du Affe, ey! Grüß Gott! Servus! Halli, hallo, hallo, schön. Mann, hi! Schönen guten Tag! Dankeschön, Mama! Hallo! Hi! Guten Tag! Ich bin hier zu Besuch in der Stadt. Haben Sie einen... Wunderbar, vielen Dank! Hallo! Ein Erwachsener, bitte. Vielen Dank! Ja, hallo! Ja, hallo! Warum wollen denn jetzt so viele mit? Hallo! 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 Wörthstraße! Meine Güte! Eine normale Fahrkarte, bitte. Hallo! Dankeschön. Sinsheimer Straße! Alter! Bei dem M.A.N. habe ich ein bisschen Angst. Hallo. Hi. Alfred Brunnerweg. Wow. Oh. Hauptbahnhof. Enthalte Stelle. Bitte alle aussteigen. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten zu den Linien 301 in Richtung Hildegardplatz über Augustaplatz. 304, 318 in Richtung Sportflugplatz. Hier darf ich eigentlich nicht rein, ne? Macht aber nix. Boah, der hat selbst immer schön auch im Klotto gewonnen. Können Sie mal das hinktische Fahrer bleibe los? Was? Wär's nicht mein... Wollen Sie mich? Wollen Sie mich? Wollen Sie mich sofort raus? Ich stehe sogar richtig, ohne es zu wissen. Sehr geil. Ja, das war die Linie 316 auf Bad Ügelsdorf 2020. Ich freue mich über eure Kommentare, Vorschläge für die Hashtag Challenge sind immer erwünscht. Bis dahin. Tschüss.